Jo, hallo und willkommen zurück zu Craft Attack 3. Letzte Folge war ja mehr so eine kleine Einführungs-Zusammenschnitts-Folge. Ohne Facecam, auch diese Folge ist ohne Facecam, hat den Hintergrund, dass ich momentan wieder ein paar kleine Problemchen damit habe. Aber nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich die eine oder andere Folge mit so einer Cam kommen. Aber ich... Oh mein Gott. Aber es liegt hauptsächlich auch daran, ich denke mal an mein Mainboard und den da vorhandenen USB-Anschlüssen. Ich glaube, das stimmt fast nicht. Und da ich mein Mainboard sowieso wechseln muss, dachte ich, das mache ich die Woche mal und dann wird es aber da wie gewohnt sein. Deswegen bei Rise und bei Galactic Science war zum Beispiel auch ab und zu keine Kamera drin. Hat alles den Hintergrund gehabt, dass es manchmal nicht funktioniert. So, ich habe zwar gesagt, dass ich quasi bei so einem Vanilla-Projekt gar nicht mal so viel Lust habe, aber ich habe mir gedacht, die 1.9 muss ich mir mal angucken. Und um mir die vernünftig anzugucken, wow, Chorus Flower, keine Ahnung, was das ist, muss ich erstmal was in dieser wunderschönen Welt bauen. Gibt natürlich wahrscheinlich auch Livestreams, habe mir auch vorgenommen, beschissene Scheißsachen, die man im Grunde gar nicht verwendet und einfach nur lagert die ganze Zeit direkt zu vernichten. Obwohl, die Erde hätte ich jetzt wieder gerne. Oh, nee, das war ja von dem Loch, was ich gegraben habe. Genau, und ich wollte mir gerne einen Verzaubungstisch bauen, weil ich habe ein paar Diamanten gesucht und Leder gefarmt. Obwohl, Leder habe ich, glaube ich, geklaut, wenn ich ehrlich bin. So, hier, Craft Attack ist ja auch bekannt, dass man hier quasi immer im Grunde, ja, wie soll man sagen, seine Sachen schützen muss, sofern man irgendwelche Sachen hat, weil, ähm, wird auch öfter mal gerne gegrieft, gibt zwar keiner zu, aber, äh, passiert mal ganz gerne, so. Und es ist immer noch der allerbeste Block in Minecraft, und zwar Cleanstone und Stonebricks. Ich habe mir auch was Cooles überlegt, was ich bauen möchte, und zwar wieder was ganz Spezielles. Ich glaube, bei Craft Attack 1 hatte ich auch ein relativ spezielles Haus mit einem richtig guten Eingang, der richtig viele Leute, viele Items und, äh, wie nennt man es? Hö, rausreden! Kleiner Mann! Viele Items und viele Leben gekostet hat, einschließlich mich, weil ich da auch ein paar Mal reingefallen bin. Oh! So, und ich dachte mir, der Eingang war so cool, dass ich sowas ähnliches auch in dieser Welt baue. Also zumindest schon mal andersweise. Ich möchte, alter! So, ich habe mir aber extra nicht so ein großes Haus genommen, beziehungsweise so einen großen Berg ursprünglich wollte ich. Oh mein Gott, ey! Ich habe jetzt so Angst, weil das auf schwer ist und jeder Creeper kann ja töten und ich will null Tode behalten! Oh! Und zwar wollte ich einfach so einen Dehnberg hier rein, der ist jetzt allerdings auch schon besetzt, und da drin richtig cooles Haus bauen. Allerdings dachte ich mir dann so, warum machst du das denn wieder so groß? Ähm, allerdings das, was ich hier vorhabe, wird wahrscheinlich auch nicht so klein werden. Ich wollte das quasi, ähm, so ein, so ein, ja kein, kein Turm richtig, aber ich nenne es mal, ähm, stellt euch mal vor, das ist eine Verankerung. Also es ist im Grunde dann ein Haus, wo eine Verankerung drin ist, wo sich dann eine Kette drin, äh, bettet oder fest ist. Also in dieser Verankerung ist da Kette dran, weil das habe ich auf dem Sub-Server gesehen, das war super geil. Also auf dem Twitch-Subscriber-Server. Und dann ging quasi diese Kette von hier unten nach oben. Und in dieser Kette war im Grunde ein, ähm, so ein, so ein Aufzug mit Booten. Und das fand ich so cool, dass ich mir gedacht habe, so eine Kette möchtest du auch haben. Mit so einer coolen Insel, die drauf ist. Und als Einstieg hat man quasi keine Steine mehr. Als Einstieg hat man dann quasi diesen, ja, wie, wie soll man es nennen? Äh, ja, klein, kleine Hütte mit einer Falle drin, vielleicht auch zwei. Und so sieht das dann aus. So, allerdings möchte ich jetzt, also das ist dann quasi schon mal die Four-Base im Grunde. Hier hätte ich dann gerne noch einen Weg, der sich irgendwann da reinschlängelt. Und hier kommt man dann so rein und ist erstmal in der Hütte. Sieht zwar erstmal total unspektakulär aus und auch relativ schmal. Aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann mal ändern. Ich hätte ja ganz gerne auch solche, solche Gitterfenster drin. Eisen habe ich auch schon, die könnte ich vielleicht sogar schon setzen. Dass das Ganze wieder so ein bisschen Debitor-like aussieht. Also ihr wisst ja manchmal, wie ich baue. Also der, der Stein, den ich hier gerade benutze, der ist quasi immer richtig cool. Und, also den benutze ich relativ oft. Und, äh, ich baue normalerweise immer relativ groß. Also für die Leute, die öfter mal dabei sind, wissen das. Und für die Leute, die jetzt denken, so, oh, ich guck mal beim Debitor rein, was der baut, ist das halt relativ frisch. Und ihr wisst doch nicht, was ich baue. So. So, äh, wohingegen auch meine Craft-Attack-Folge von, ähm, Staffel 1 immer mal wieder gefunden wird. Und die Leute dazu anregt, mich massiv zu beleidigen, weil da haben wir uns quasi einen Scherz erlaubt. Also wir haben im Grunde dir das ganze Craft-Attack-1-Team dachte, Alter, ist der 1. April, lass mal was Geiles machen. Und dann war halt so die Idee, ja, geil, lass mal alles kaputt sprengen. Ja, und dann haben wir im Grunde alles gesprengt. Aber ich glaube, wir machen jetzt Dreierfenster. Und dummerweise war ich, glaube ich, der, bei dem alles anfangen sollte. Natürlich im ersten Moment cool, weil dann, dann fängt es halt bei mir an. Im Nachhinein natürlich doof, weil die Leute das nicht checken, die jetzt mittlerweile die Folge sehen und denken, boah, wegen dir ist das alles kaputt gegangen. Und deswegen wird man da so ein bisschen beleidigt. Aber gut, ich beleidige dann einfach zurück und dann passt das wieder so. Auf jeden Fall, ihr habt ja die letzte Folge gesehen, die war ja relativ hart gecuttet. Soll auch so bleiben, wenn ich nicht unbedingt so eine Laber-Folge habe wie jetzt. Also wenn ich mir mal irgendwen schnappe, hier, keine Ahnung, ein Zandard oder Heal Desert, ich weiß gar nicht, wer das ist, dann gibt es wahrscheinlich wieder eine gecuttete Folge oder man macht irgendwas oder baut irgendwas und zeigt dann so das Ergebnis. Aber vom Prinzip her möchte ich jetzt nicht hier so ein Bauprojekt haben, wo man dann jeden einzelnen Schritt sieht und jede Farming-Tour und keine Ahnung was. Deswegen macht euch auf solche geschnittenen kurzen Folgen auch mal bereit. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange die Folge wird, weil ich dachte mir, ich mache die Folge jetzt so lange, bis ich das Thema durch habe. Egal, wie weit die Folge dann fortgeschritten ist, ich habe jetzt hier auch gar keinen Timer drin, weil normalerweise ist mein Timer immer an der Facecam. Hätte ich vielleicht mal drin lassen sollen, zumindest den Timer, damit ich weiß, was hier los ist. Oh nein! Ah, das ist richtig, ne? Ja, das ist richtig. So, jetzt sind die Steine auch schon alle, allerdings habe ich hier unten noch welche drin in den Öfen. Weil auf meinem Weg unten durch die Katakomben und den Finden der 15 Diamanten, glaube ich, eine 13 waren es, habe ich mir erst noch eine Pickaxe gebaut. Oh, habe ich hier noch Steine drin? Da sind noch welche, da sind noch welche. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen drin, damit könnte man theoretisch direkt die Gitter bauen, wobei jetzt im Nachhinein hätte ich doch vielleicht lieber schwarzes Glas. Wobei so ein paar Gitter natürlich auch cool sind. Ja, ich mache erst mal so. Buttons. Und irgendwie sehen die Sachen auch hier komplett anders aus. Was jetzt komplett in der 1.9 neu ist, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen, da muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen schlau machen und mal noch ein bisschen gucken. Also für die Leute, die es nicht wissen, das ist im Grunde der 1.9er Snapshot, weil es gibt so die 1.9 noch nicht. Also der ja fast der aktuellste Snapshot sogar. Und ihr könnt das quasi auch spielen, so in der Art, indem ihr quasi bei Minecraft diesen Punkt aktiviert, dass man quasi experimentelle Versionen auswählen kann im Launcher. Und dann könnt ihr quasi auch den Snapshot spielen und habt dann im Grunde auch die 1.9er und könnt testen. Was natürlich immer gut ist, weil manchmal läuft es auch ein bisschen... Ja, der Server wird, glaube ich, jede Stunde neu gestartet, weil der läuft nicht so schnuckelig. Meistens jedenfalls. Also leckt oft oder baut irgendwelche Kacke auf, die dann abgearbeitet werden muss, so vom System. Und deswegen startet der stündlich einmal neu. So, jetzt wollen wir das hier noch zu Ende. Verzauungstisch haben wir gerade gemacht und den würde ich auch gleich ganz gerne benutzen. Aber ich glaube, meine Pickaxe, die ich jetzt noch habe, beziehungsweise die ich schon angefangen habe, die kann ich wahrscheinlich gar nicht benutzen. Und mein Level ist auch relativ gering, wobei ich würde mir ganz gerne einen eigenen Verzauungstisch bauen, weil das gehört sich einfach, wenn man hier schon wohnt. Einen eigenen Verzauungstisch. So, und ich hoffe, dass in diesem Haus wieder sehr, sehr viele Leute sterben werden. Mal sehen. Und ich bin auch relativ spät dazugekommen, aber macht nichts. Dennoch möchte ich mich gerne an die Stadt anschließen und mal gucken, was man hier noch alles erleben kann. Ich hoffe, euch gefällt soweit. So, also vom Prinzip her ist es dann so, dass man hier drauf wie so eine Art Haken hat und der Haken dann mit so einer Kette nach oben geht zur Sonne und oben dann das eigentliche Holz, äh, Haus drauf ist. Normalerweise könnte ich auch gleich mal die ganzen Sachen holen und hier reinbauen. Dann hätte man die Sachen schon mal hier stehen. So, aber ich probiere mal eben den Verzauungstisch aus. Und man sagte mir schon, dass im Grunde jeder Creeper, dem man hier begegnet, der sichere tot ist. Also zumindest, wenn man nah dran ist und der vor einem explodiert. Egal, wie dick die Rüstung ist, man ist einfach tot. So. Schauen wir mal, was will ich hier zaubern? Genau, am liebsten meine Pickaxe geht, aber glaube ich nicht, weil die schon beschädigt ist. Oder geht es trotzdem? Oh, geht ja trotzdem. Das ist ja mal geil. Oh, krass, steht sogar drauf. 1,2 Attack Speed, 5 Attack Damage. Efficiency 1. Oh, das ist ja cool. When in Main Hand. Das ist wunderschön. So, dann gehe ich nochmal rüber und hole mal meinen ganzen Kram und Baller den da rein. Wobei die Öfen wahrscheinlich jetzt mittlerweile fertig sind. Ja. Das ist schön. Dann kann man da quasi seine erste Basis bauen. Kann dann, ähm... Oh, oh, ich höre wen. So ein bisschen Angst. Und dann werde ich hier auch wahrscheinlich mit den einen oder anderen mal aufnehmen. Oh, das war knapp. Dann wird es wieder ein bisschen... ...abwechslungsreicher und wahrscheinlich auch weniger informativer, aber dafür lustiger wird. Ah, ist der Desert der Kevin? Ah ja, genau. Ich glaube, der wurde gehackt, ne? Gehackt. Da wurde wieder ein Kevin gehackt. So, sieht allerdings jetzt erstmal so ein bisschen, äh... ...unspektakulär aus. Aber geht auf jeden Fall. Ähm, ne Tür wäre eigentlich noch ganz cool, wenn man hier einbaut. Vielleicht nehme ich auch am Anfang ein paar Eisentüren. Weil, wenn schon, ähm, sag ich mal, denn schon, kann man hier ruhig ein paar Eisentüren reinbauen. Und, ähm, das ist, wie gesagt, jetzt erstmal nur provisorisch, was ich hier baue. Das wird nachher nochmal alles verlagert. Aber irgendwo muss man ja seine Materialien craften, die man hat. So, wenn ich mal jemanden zu Besuch habe, der kann da nebenbei noch craften. Kohle kann hier rein, dann kann das gebraten werden. Und es läuft. Wobei, ich nehme nochmal ein bisschen Kohle raus, dann kann hier das Eisen rein. Aber gut, ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht so um den heißen Brei. Ähm, noch eine kleine Info. Gelivestreamt werden wird das wahrscheinlich auch. Ich weiß aber noch nicht wann, weil ich habe ja noch Rise laufen. Also dieses Modpack-Projekt, wer es nicht kennt. Und das, ähm, streame ich zum Beispiel jeden Sonntagabend, 19 Uhr. Wo und wann Craft Detect Zeit findet, in Streams aufzutauchen, weiß ich noch gar nicht. Aber haltet auf jeden Fall mal Ausschau nach. Der Livestream-Link ist in der Videobeschreibung, da wo auch der andere Scheiß ist. Also, Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt von Craft Detect. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss!